Weißt du, Tobi, ich dachte gerade, dass... Herzlich Willkommen, eure Freunde, zurück zu Among Us, zusammen mit Conny, Aaron, Magnus, äh... Warte, geht das? Ne, geht gar nicht. Okay, man muss das doch so manuell machen. Äh, Aaron, Magnus, Knut, Elias und Monty, Lexi, einer ist schon tot, nur Lukas, bla bla bla. Ich hab's gesehen. Weiß. Ach, jetzt noch weiter. Weiß, 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 weiß. Weiß ist gewendet. Weiß ist gerade... Lukas ist wemenschönlich gewesen. Und dann auf einmal stehen Richtung Hans. Nein, nein, nein. Hä, was? Nein, 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 nein. Also ich war bei Knut. Was ist passiert? Ich mach hier mein Labyrinth fertig, auf einmal steht da ein Port-Button. Krass, geht ne Sekunde vor mir danach. Ja, Conny, genau. Ich glaub nicht. Die fucking Lights waren aus, ich krieg nur einen Port-Button für eine Minute Sekunde. Ich gebe das Rücken, was ist denn jetzt passiert? Und ich sag, Filme... Fucking Filme ist gerade einfach in den Bett gegangen. Ja, genau. Fucking Filme. Fucking Filme. Ich hab... Das ging so schnell, das ging so schnell. Ich hab recht nicht da, da konntest du gar nicht auf den Port-Button. Warte, warte, warte. Warte, darf doch Marco ausreden. Wir waren... ... am Start, am Start, warte. Erstens, da ist kein Wenden. Zweitens, wie solltest du... Conny, neben dem Scheiß Raketen, noch ist das... ... die Lichter waren aus. Ja, die Lichter waren aus. Ja, die Lichter waren aus. Ich würde mich nicht gesehen haben. Außer stehst du legit neben. Ja, Conny, ich starte legit drauf für eine Sekunde. Ich starte mal legit für eine Sekunde drauf. Aber warum reportest du denn nicht? Ich hab vorhin nicht gesagt, dass wir Lukas warten müssen. Und Lukas sagt, dass wir Phoebe erwarten müssen. Ich hatte meine Maus nicht drauf, weil ich nicht erwartet habe. Dann wollte ich meine Maus drauf machen. Wollte ich grad reporten und da tue es sofort. Ich dachte, du solltest... Ich dachte, du solltest... Wir warten mal aus. Und Lukas ist ein Mikrofon. Ja, das ist ein Mikrofon. Ja, das ist ein Mikrofon. Ja, das ist ein Mikrofon. Erzähl mal. Hast du wendet? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn, Phoebe? Er warte, rechts neben dem Dropship. Ja. Ja, da ist kein Wend. Da ist ein 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 Wend. Und der... Wo waren die Leiche genau? Ich hab nämlich... Ja, ich war beim Labyrinth, links, links, unten, links, davon. Weil ich habe wirklich legit... Das war weiß. Ich dachte auch, du wärst es, aber da ist einfach weiß gewesen und weiß war... Warte. Weiß muss auch mal irgendwas dazu sagen. Nein, weiß sagt ja gar nichts. Weiß sagt einfach gar nichts. Das ist einfach case. Lukas, wenn du so ein Krüppel bist, ganze Werke, wie kannst du denn nicht auf Report drücken? Und grad brauchst du für zwei Sekunden auch... Und ich hab fette Finger. Ich bin fette Finger. Ich bin fette Finger. Ey. Ich so ein Krüppel. Ich hab fette Finger. Äh. So. Bäng. Weiter geht's. Äh. Irgendjemand verfolgt mich da. Das fähig ich nicht. Äh. Ist Tobi disconnected? Nein, ich bin tot. Warum? Ich bin tot, aber nicht. So. Hier rein. Okay. Ach so. Ach so. Ah. Lol. Ich war grad im Task. Oh Conny, kannst du mal aufhören? Ja. Mal äh. Wir voten grad mit dem Imposter aus. Warum denn Imposter? Ja. Ja. Ich glaub halt Lukas, dass er wirklich behindert war. Und dann würde ich jetzt Föbel rauswählen. Ich guck bitte wer? Weil einer, einer von den beiden muss es eilen. Aber hast du Föbel mal gesehen da? Nein. Nein, hab ich nicht. Aber ich hab Lukas gesehen. Wenn Lukas sagt, dass Föbel in Wend gesprungen ist. Also auf sieben runterforsten ist zwar schon ein bisschen behindert. Aber ich bin voll dabei. Ja, aber es ist doch denn einer da. Das ist so random. Aber das ist halt nicht behindert. Weil auf jeden Fall einer der Imposter jetzt steht. Ja Conny, du bist einfach. Richtig. Dann hab ich's halt gut gespielt. Dann hab ich's halt gut gespielt. Bibi und Conny auch. Also wen soll ich jetzt wählen? Mach mal weiter. Und dann mach mal Conny raus. Dann sind doch die Preise. Ja. Dann haben wir mindestens einen Imposter raus. Aber warum? Es ergibt halt keinen Sinn. Ey, warte mal. Dann sind wir auf sieben und haben einen Imposter raus. Und warum hat das jetzt so lange gedauert? Warum jetzt ich eigentlich? Ach, schweig nicht. Oh Conny. Mach Conny. Einfach aus Prinzip würde ich sagen. Du bist das nervig hier. Das ist fair. So, ach nee. Warte, wir machen eben das hier. Wir haben Lust, wenn beide in uns gelesen werden. Und lauf mir jetzt ein. Ich hab's aber schon knapp. Ja. Warum geh da hin? Ich geh hinten hin. Ich geh hinten hin. So. Super. Geh mal weg. Elis. Elisa. Okay. Da wollte mich glaube ich jemand einsperren. Ich bin mir nicht sicher. Alter. Hört mal auf mich hier einzusperren. Was soll denn das denn? Ist die Tür da jetzt offen? Oh nein. Es ist jemand. Es ist jemand. Es ist jemand. Ich muss hier. Oh Gott. Oh Gott. Da ist auch jemand. Da ist auch jemand. Hilfe. Hilfe. Da ist auch jemand. Oh Gott. Hier sind überall welche. Oh mein Gott. Ich muss hier ganz, ganz schnell weg. Aber ich muss auch da unten die Aufgaben machen. Oh Gott. Ist das stressig. Ich verstehe es nicht. Egal. Äh. Zack. 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 Oh hier. Hallöchen. Hallo. Ich hab. Äh. Weiß ich nicht wen gefunden. Äh. Ganz links. Wo dieser Baum da ist. In diesem Flur. Oh. Ja. Haben wir ihn gesehen? Ich hab' ranger gesehen. 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 So, und jetzt mal jemand erklären was jetzt hier los macht. Moritz hat grün gefunden. Wer war' ranger? Also, Tobi war das ne? Also, Tobi war das ne? Ich war' ranger. Läxi war bei mir. Ja. Ganz rechts. Ja. Ganz rechts? Aber Knut, du bist vorhin links reingelaufen. Das stimmt nicht. Hab' ranger gesehen. Ok, dann war's doch Margnus. Läxi war aus. Sorry, sorry. Ich hab' ranger gesehen. Ich kam' aus der Schleuhe. Ich stand noch in der Steuze und ich hab Granger gesehen und ich hab gesehen, wie er nach da links gelaufen müssen. Ja, weil ich Angst hatte, weil die Tür hinter uns zu war und Simon da war. Ich glaub, da hat jemand wieder die Kille und dann self-reportet, weil Simon war auch rechts. Simon, richtig? Ja, ich weiß nicht. Ich war auch fast die ganze Zeit rechts. Du hast die gleiche Task gemacht. Ich bin verarscht, Conny. Dann bin ich zum Raumschiff gegangen. Ich möchte noch wissen, wo Aaron war. Und da war uns auch noch. Ja, Aaron gibt's ja noch. Bevor ihr mich hier rausvoted. Wo warst du? Ja, sorry Moritz, ich hab auch mal gesehen. Ich war bei der Kamera, hab geguckt. Ja, dann hätte er es aber sehen müssen. Ja, muss ich sagen. Wo war denn, wo war denn gleich? Ja, unter dir dann quasi. Komm, dann hast du mal Moritz, äh, hier, es gibt. Ja, komm. Ja. Aber Moritz oder Aaron wahrscheinlich. Am Ende ist es Moritz und Aaron machen da weg hier. Ne, das geht ja nicht, sonst wären er eigentlich zwei gestorben, wenn er jetzt noch zwei gestorben wird. Das ist der Imposter, ne. Habt ihr von Daily Dose gesehen, wie man ein Auto einbricht? Nein. Wo sieht das hin? Von Daily Dose. Das sind die Dose. Okay. Okay. So. Ich hab mich mal wieder gemutet, denn ich musste ja auch die Aufgabe machen. Oh nein, Lexi, Lexi, geh weg. Geh bloß weg, Lexi. Ich will dich hier nicht sehen. Ich will dich hier nicht sehen. So, die Lichter sind aus. Ich geh nach Hausradimirada, dimmi, bumm, bumm, bumm. So. Machen wir mal einmal an. Da ist Co... Ah, oh, ich wusste es. Oh mein Gott, ey. Das war knapp. Ich dachte gerade, ich bin tot. Ich dachte gerade, ich bin tot. So, wir machen jetzt erstmal die Aufgabe hier. Oder sind sie alle? Alle hier. Ist natürlich schön. So, wollen wir uns... Oh, jetzt muss ich da auch da oben. Ach man, mach auf, bitte. Ach nee, nie schon wieder. Ach, ist mir jetzt auch egal. So, hier, aufmachen. Lass mich mal hier rein. Oh, gucken, gucken. Hier liegt Simon. Als ob es echt Conny ist. Ach nee, Aaron lebt auch noch. Ah, als ob es echt Moritz ist jetzt. Nein, Moritz war bei uns. Also, Simon ist gestorben, da, bei der Schleuse. Ich hab keinen Plan. Ich kann nur mit Lexi, ich kann nur mit Lexi, Moritz. Warst du denn die ganze Zeit da, alle drei zusammen? Nein, ich war nur mit Lexi die ganze Zeit zusammen. Ja, also Aaron und Conny können es auch sagen. Ja, Lexi und ich waren die ganze Zeit zusammen. Also ich hatte zwischendurch mal Moritz gesehen. Aber am Ende hab ich immer Conny gegen das Live. Ich war, ich war, das könnt ihr ja gesehen haben. Lass, wenn Moritz ich ist, geht Conny raus, ja? Warte, warte, warte doch mal. Warte, warte, warte doch mal. Warte, warte, warte doch mal. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Hallo, warte, warte. Hallo, ich hab, vielleicht fragt man erst mal, wo Aaron jetzt war. Ich war zum Beispiel bei den Kameras. Das habt ihr gesehen bei den Kameras. Ja, stimmt, Kameras waren rot. Und danach hab ich das, äh... Ja, dann ist es Aaron. Ja, dann ist es Aaron. Aber warum, ich war doch bei dir und bei Conny. Hä? Vielleicht warst du mal zwei Sekunden bei mir. Ja, bin ich da nach rechts gelaufen. Aber Aaron ist auch nach rechts gegangen. Ich hab ihn sogar nach rechts laufen sehen. Aber dann bin ich nach unten gelaufen. Ja, das hab ich nicht gelesen, ob du nach unten gelaufen bist. Ich hab nur gesehen, dass du rechts oben reingelaufen bist. Du bist doch entgegen. Wen? Ja, Aaron, wenn du's ich bist, dann El Granger. Einfach nur lächerlich. Ganz ehrlich, lächerlich. Ich hasse nicht, Conny, dass du mich immer hier beschuldigst. Ey, es war richtig, wahr? Ich hab dich letzte Runde auch schon gedacht. Ich beschuldige dich dann auch nur, weil alle noch gemütet sind. Also einfach alles zusammengelaufen, Dankeschön. Ja, lass machen. So, nächste Runde reporte ich niemanden mehr, ganz ehrlich. Ist mir egal. Lächerlich einfach wieder. So lost. Ich mach jetzt hier auch... Nee, komm, ich lass die Aufgaben. Ich mach die Aufgaben nicht. Einfach lächerlich. Ich reporte nie wieder ne Leiche. Selbst. Schuld. Schuld. Also... Also... Conny, du musst... Mir... Ja, 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 ja. Es ist... Es ist... Es ist... Es war entweder Moritz oder auch. Ja. Hä? Lech, ich hab letztlich vor mir... Conny, äh... Conny, äh... ...Klug ungebracht. Pfff... Hallo, Lech, das ist so lächerlich. Weißt du, aber... Ne, lächerlich ist Conny. Ja, Moritz hat immer rausgebaut, ohne dass das ist. Oh, mei... Ja... Ne, letzte Runde war es ja Moritz wirklich. Was... Knut! Was... Warte, war es Marco oder war es jetzt... Ich war es Marco. Marco war es. Der ist tatsächlich gewendet. Also hat Conny einfach... Zwei oder drei Leute rausgebrachte, die mich... Hä? Wer war's denn jetzt? Ja, immer noch Marco, der ist ja gewendet. Ich reporte nie wieder ne Leiche, ganz ehrlich. Ich mach dich immer als Hauptverdächtig. Ja, ich muss sagen und Argumentationen. Nein, das Ding ist... Das Ding war eigentlich ein schlechter Mann. Das Ding war's für... Ey, jetzt schon die lieben Conny. Ich hab bei mir. Ich hab drei Leute rausgebrotet. Okay.